Es fällt mir was ein... Ähm... Was war das jetzt? Da hinten fällt noch geheimt hier? Oder was Geheimes? Secret... ...to everywhere! Äh, ich glaub das hier hatte ich noch nie mitgenommen. Ha-ha-ha! Und schon sind's wieder Sex mehr! Oh! Achso! Achso, der lädt sich wieder auf. Gut! Jetzt hab ich schon gedacht, oh scheiße, das hab ich voll viel über Balle. Das Problem ist, da ist keine Tür. Das ist schwer die Sache hier. Ah, nicht häng an der Decke! Da kann man nach oben nicht ausweichen! Oh, wie ist das Gerüchte, weil sie hauptet? Hallo, stirbt du mich bitte? Ich hab irgendwas geschötet! Das ist schon mal gut! Töten ist gut! Töten ist dein Freund! Und das Speichersystem ist mein noch viel besserer Freund! Boah, wie die abgehen, wie die abgehen einfach nur! Das ist so pervers! Oh! Okay! Alles wird gut! Alles wird gut! Alles ist gut! Alles ist schön und ruhig und friedlich und umsichtbar! Das letzte nehm ich dann doch mal lieber zurück! Und schweiche nochmal! Gott! Ich hör doch schon wieder irgendwas! Ich nehm mir nicht an, dass jetzt diese Raketen inzwischen enge kochen fliegen können! Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da schon war! Ähm! Irgendwie kommt mir das seltsam vor! Hey, ich bin hier, die Lichter kaputt schießen und so weiter! Und wie rum ist denn das richtig rum? Ahaha! Überforderung pur! So, so ist richtig! Das hat gerade erst angefangen! Das ist das erste Level! Das erste! Von sehr vielen! Da ist mit Addon-Spiele! Oh, das sieht aus wie ein Mai-Schiff irgendwie! Also, das ist ja immer wieder zu mir das nicht! Gut, meins ist eh nur so aufgerüstetes... Äh, was war das? Ägypter-Schiff? Ich hab erstaunliche 30 frames! Das wurde ja voll mit Einstellungen gespielt! Gut, ich hab das Spiel auf eine andere Festplatte geschoben! Haha, das ist ja nicht groß! Das wird doch sehr lustig werden! Macht dieser Kui drauf oder irgendwas? Könnt ihr auch mal Gegner markieren, ne? Äh, guckst du hier ist Gegner und... Naja, wenn man im ersten Level schon Probleme hat, weiß man, das Spiel ist schwer! Ähm... Lagt da nicht noch etwas? Nein... Mh... Coming back to get you! Hä? Was ist los? Was ist los? Was ist da los? Was geht los hier? In der Lava-Fälle stecken? So, Laser-Level-3... Wird's doch schon langsam angenehmer... Äh... Äh... Moment... Ne... Ach, das ist... Da hab ich gedacht, was? Da ist ein Monster-Spawner? Aber ist das der Eingang? Oh... Panik pur! Es ist das erste Level! Oh Gott! Aber ich hab's gleich geschafft, hoff' ich! Oh, er ist nice! Ich weiß halt, wie's geht halt! Was ist das denn? Ähm... Energie-Shield-Converter! Ah, wie benutze ich den? Wie benutze ich den? Wie benutze ich den? Wie benutze ich den? Nein! F2-Controls! Oh Gott! Äh... Keyboard! Ähm, ähm, ähm... Rebirth, nein... Energie-Shield! Tee! Hallo? Ach so, ich brauch' ja mehr als 100 Energie! Hm... Da war ja was! Irgend so was, ja... Oh! Na, wenn's jetzt der eine Seite ist... Das ist der andere Seite natürlich nicht! Scheiß-Spieler! Das ist natürlich scheiße, dass man mehr als 100 braucht! Äh, hat der immer nicht gemeint, dass in der ersten Welt noch irgendwas Interessantes ist? Ich flieg' mal die Wände ab! Ich weiß nicht, ob das jetzt... Vulcan war? Nein! Das ist meine Art Siegel jetzt zu entdecken! Ich weiß ich's! Was machst du denn da drin?! Was zur Hölle?! Das glaube ich nicht! Was hat der da drin gemacht? Ja! IKI ist so dämlich! Kann meinen überragenden Intellekt nicht schlagen! Den Satz werde ich jetzt gleich wieder bereuen! So, dann wollen wir doch mal den Konverter testen! Und schnell wieder raus! Äh, bevor die Energie verschwindet! Wie war denn die jetzt? Da drin war die! Und dann kommt der... Woah! Das hat jetzt reingehauen, du! Ich brauch' mehr Energie, als ich da drin wieder find! Und... Also Schild meine ich jetzt! Schild-Energie! Waffen-Energie steht bei mir eh in keinerlei Verhältnissen mehr! Naja! Ich hab' doch auf, um mich zu schießen! Ja, was ist das? Was heißt denn jetzt? Geh auf! Der nächste Tor! Ah, dahinter waren die Gefangenen! Gut! Ich möchte möglichst viel mitnehmen! Was war das denn schon wieder? Hä? Da feiert doch irgendwo in einer Party! Ohne mich! Ich kann nicht oben das Tor! Das ist natürlich extrem close-ed! Voll das Closett! Ah! Oh, Moment! Wo kommt der denn her? Da war ich doch schon! Wo kommt der her? Da hat sich irgendwo ne Tür geöffnet, glaube ich, was? Äh... Ne, da waren die Gefangenen! Äh, toll! Ich kann das Tor nicht öffnen! Das ist ein perfekter Scheiß! Ne, da waren die Gefangenen! Warte! Ich bin da jetzt grad nicht ganz so hundertprozentig! Der ist nicht! Leck mich! Ja, ich werde ganz oft laden, weil ich glaube, ich brauche die Energie! Ich glaube! Ich glaube! Ich glaube! Ah! Der war gut, ne? Das ist mehr eine dunkle Gewissheit als ein schwacher Glaube! Was ist denn hier? Ah! Noch mehr! Teilen die sicht auf! Schön. Einfach nur Spreed. Ist die hier besser? Gib mir Schild. Ich schau mal. Schön. Was bist du denn? Das Chloaking Device. Oh, was bist du denn? Flashen? Das war ja... Flasht voll weg. Flasht voll rein, ey. Dann flashe ich. Wie komme ich denn da ran? Da weiß ich auch nicht, wie wir rankommen. Ah, ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Wie kam es denn? Wie ging es denn? Nee, nicht restoren. Jetzt mal nicht. Jetzt mal safen hier, ne? Ach, ist ja gut. Oh, ist ja die Tür. Boah. Ich kann mich hier gar nicht sehen. Ich depp. Ach, bin ich schlau. Weapons Testing Area. Halt. Ich muss erst zurück. Erstmal Waffenenergie holen. So, zur Sicherheit. Ich habe eigentlich eine finstere Fürchtung, ich könnte sie brauchen. So. Oh, schön, wie das keine Energie abzieht. Wahrscheinlich nur beim ersten Schuss. Ja, beim zweiten zieht er dann ab. Kann ich das jetzt richtig sehen? Nein. Kann ich das einfach durchfliegen? Ach, der geht... Boah, bin ich schlau. Ich bin so schlau, ihr könnt gar nicht. Mit meinem überragenden Intellekt könnt ihr nicht mithalten. Dummes Proletenpack. Smart Missile. Smart Missile. Ich glaube, wir haben noch so langsam mal alles. Ich könnte natürlich rausgehen und nochmal nachfragen, ob ich wirklich alles habe, aber... Nein. Ne, Smart Missile. Ich hätte gerne die Homies. Naja, gut, wenn man es mit der Maus hingeübt hat, geht es auch, aber... Kann ich den eigentlich töten? Ich weiß gar nicht mehr. Oh. Ich werde ja aufs Herzlichste empfangen. So. Präzision habe ich nicht, also mit Menge. Schild brauche ich eh nicht. Sprich ich eh nach der Mission neu. Kann man scheinbar nicht zerstören. Ja, das erinnert mich an gute alte Zeiten. Die weniger gut waren. Mal wegen hell machen, indem ich die Lichter spreng. Hä? Oh! Boah! Kann mir jemand bitte erzählen, wie oft ich in den Levels sterbe und so? Das wäre recht lustig, finde ich. Ich würde doch irgendwas schießen. So. Kannst du beste reden? Also rein tonnen. Geht nicht aufhören. Ich weiß, wo hier noch mehr davon liegt. Ihr, ich habe das getroffen, das ist ein Grund zum Speichern. Grund zum Feiern. Können kaum noch laufen Immer noch laufen Mama Könnt ihr nicht wegbleiben Ich hab euch nichts getan Also fast nichts Jetzt kommt der mir hinterher Ich hab schon den Namen vergessen Ach und jetzt nicht mehr Was schießt denn da die ganze Zeit Das macht mir Sorgen Vor allem weil die Schiene hinter mir ist Nein Ja ich würde sehr sehr oft laden Könnt ihr mal meine Tode zählen Die werden hier nicht gespeichert Dummer Idiot Ich glaube wirklich mit meiner Überlegenheit Eine Chance haben Mit meiner Überlegenheit Was schießt denn da die ganze Zeit Ich bin nervös Ah da hätte ich Energie konvertieren können Na ja Ich bin so gut Ach du bist ja ein Freund Flächenschaden Mein bester Freund Gleich nach den Unverwuchbarkeitsgeräten Also wir haben den Ausgang schon mal gefunden Na Kleiner Was muss ich mir jetzt angehen Boah ja mein Freund Ja Ich hasse dich Du bist nicht mehr mein Freund Wie er mich einfach verarscht Und einfach dahinter fliegt Und mir sagt Ey komm Da ist alles gut Boah das ist wie schnell Ich kann nicht mehr unterscheiden Zwischen dem Gegner Und meinem Hilfsroboter Ist nicht mein Freund Der gehört zu denen Aber ich habe es im Gegensatz Zu den vorherigen Piloten gemerkt Boah ich brauche eine noch viel streuerndere Streuwaffe Du wirst ja so eine Die so ganz extrem streut Die Keine Ahnung Wo einfach nur ein Boah das ist dunkel Das macht mir Angst Wo muss ich denn da jetzt runter Ich muss runter nach links Ne Ich muss hier geradeaus Nein da kommt mir gar nicht Ich muss Ich dachte da muss ich Da muss ich lang Ich brauche so eine Waffe Wo du einfach drauf drückst Dann kommt einfach so ein Block raus Einfach nur ein Block Der den gesamten Bildschirm einfach nur Zudeckt Ich bring es doch da rein Wo einfach nur ein Block ist Nein Nein Du hast mal keine Ahnung Gibt es doch Fusion Kanone Und ja das war es dann So Einfach nur so einen richtigen Block Dass alles getroffen wird Egal wo ich hinschieße Das ganze Raum muss voll sein Mit Blöcken Also wie als wenn ich Lego spielen würde Genauso sieht das Spiel auch aus Das hier so Jawohl Lego ist nicht ganz so kantig Das ist runder Leck mich Ich hab's gewusst Es war einfach so offensichtlich Dass da einfach was sein musste Was ist das denn Das ist ein Gegner Ein sehr unfreundlicher Gegner Lass mich raten Du bist der Reaktor Hey ich kann also Schüsse abschieben Ja es ist der Reaktor Den möchte ich eh nichts Und nicht tönen Erstmal möchte ich die Raketen noch haben Dann wollen ich mal schauen Also Ob da vielleicht noch was interessantes liegt Etwas von Interesse Vielleicht eine noch größere Waffe Als alle Waffen Was sind da unten Guck mir raten Ach das ist der Reaktor Okay Die sind auch ein bisschen kleiner geworden Oder ist das einfach nur ein anderes Modell Wahrscheinlich ist das ein anderes Modell Sonst wird es ja genau gleich aussehen Hey das ist noch Schildenergie Ja Ram mich Ja hast du recht Würde ich auch machen Ich mag mich nämlich auch nicht sonderlich Deswegen ramme ich mich auch in mein Feld Die Raketen gehen auch gut ab Laserkanone Level 3 selected Ja ich möchte es möglichst für Punkte abgreifen Denn das bringt Leben Für den Fall dass ich irgendwann mal schneller sterbe Als ich laden kann Und dieser Moment wird kommen Hey Nachbrenner Ich bin voll schnell Dieser Moment wird sowas von kommen Also In 1-2 Level werde ich uns soweit sein Was ist der Reaktor jetzt? Reaktor? Ah okay Hey ich dachte ich konnte seine Schüsse abschießen Man kann sich vorstellen wenn ich nicht laden würde Wie schnell das Spiel vorbei wäre Oh es ist fertig das Let's Play Schaut euch an Let's Play Ja jetzt hört mal auf ihr scheiß Kugeln Komm ich da vorbei? Nein Ich werde so viel wie möglich mitnehmen Und dann ist es wieder raus In Nachbrenner Also ganz so knapp war es noch wieder nicht Level 1 Complete A high A high way Gate destroyed Aha Shield Bonus 50 Energie Bonus 150 Hostage Bonus 10.000 Skill Bonus 8.800 Full Rescue Bonus 20.000 Total Bonus 49.000 Ralscore 67.850 Yeah Ich bin so gut Oh Gott Smelter Prüfrobot für Erdseinheit Größe 2 Meter Bewaffnung 2 Rückstoßerhitzer Aha also ein überdimensioniertes Feuer Zigarettenanzünder Bedrohung Motorrad Dieser Prüfrobot ist nur ein gefährliches Hindernis Und seine Waffen beursachen schwere Schäden Oh Ich wurde noch nie von einem Zigarettenanzünder bedroht Oh Das geht auch schon los Das ist nicht schön Ah ja Äh Wieso habe ich nur 98 Energie Wirst du sie eben auf 97 Hm Warum ist sie jetzt eben gesunken Ich muss doch Ich bin wieder raus Ich kann nicht open the door Es ist too close Du 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 Ich hoffe Ach ja übrigens Ich hoffe Die Sound Die Sound Die Sound Passt hier Ich bin doch schon wieder Völlig verkehr Okay Es gibt zwei Türen Wenn ich die Doppelzähl Ich bin betrunken Ich zähle Ich sehe hier zwei Türen Ja Wir machen das gleich mal ganz anders Dann besteht nämlich die theoretische Chance Wenn ich mal was treffe Haha ich treffe sogar zwei Das ist voll was Boah ist anlockt Sagt mir doch das so was Wieso haltet ihr mir nicht ab wo so Sachen